Aber wenn, brauche ich jetzt auch nicht. So, Licht habe ich ja an. Alles okay. LKW-Überholverbot. Ich bin aber kein LKW. Ich gehe da trotzdem noch rüber. Hey. Interessant, der Tunnel. Fühlt sich so komisch an. So, sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Stuttgart. Wünsche alle aussteigenden Fahrgäste einen schönen Tag oder auch einen umsteigenden Fahrgäste eine gute Weiterreise. Alle anderen Fahrgäste heißt es, wir haben keinen langen Aufenthalt in Stuttgart. Ich werde nur die Fahrgäste aus und die neuen Fahrgäste einladen. Das heißt für, keine Ahnung, kurzen Kaffee oder für die Raucher eine kurze Pause. Aber ansonsten geht es ja gleich weiter. Eine etwas größere Pause haben wir dann zwischen Stuttgart und Karlsruhe dann auf der Autobahn. Wir werden mal ein paar Minuten Rast machen. Aber jetzt geht es eben gleich weiter, ne? Und zwar müssen wir erst mal durch Stuttgart. Bitte bleiben Sie angeschnallt sitzen, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben. So, bla, wollte ich auch mal sagen. Wird man aber noch sagen dürfen hier. Immer schön beschleunigen, berg runter, sonst bleibst du stehen. Links herum, Stuttgart, B27, Jo, das kann sein. Das ist rot. Ja, das kann auch sein. Wir fahren zu langsam. Das ist rot. So, schwupps. Das kann ja noch ein Stück trinken hier. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen gehen, bis da grün ist. Links, da biege ich erst mal noch grün. Sonst haben wir eine halbe Stunde durch das Stadtgebiet zu kommen. Ja, für Stuttgart wahrscheinlich wird das recht spannend, aber wird das wohl so sein. So, jetzt sind wir draußen. Boah, 22 Grad. Heftig. Und die haben jetzt aber auch einen Bus. Cool, cool. Das beschwert sich keiner mehr, oder? Nö, jetzt sind euch alle zufrieden. Hey Mann, 20,5 Grad sind zu kalt, aber 23,5 sind zu warm. Machen die hier? Wenn die Spur nicht weggeht. Achso, die machen da wieder so Spurwechsel-Party-Time. Hä, Linksabbieger? Hä? Geradeaus ist grün und geradeaus und rechts ist... Oh, ey. Joa, ne, so viel zum Thema, Josch. Vorher hast du noch erzählt. Ist ja cool, dass die die Ampelfase ein bisschen... Achso, die müssen wir vorne eh dann wieder links. Machen wir mal hier. Finde es cool, dass die die Ampelfase so angepasst haben, dass das ein bisschen realistischer ist. Hm. Ja, genau. Nur hier in Stuttgart nicht, da brauchen wir das nicht. Schwambe, endlich ist das egal. Toll, da brauchst du es nicht. So, schwabidabidu. Du, 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 du. Stehen wir hier, das können wir dann... Ja, wenn wir hier ausgeladen haben, aber ich kann jetzt schon mal ausmachen. Ach, das ist gerade grün. Äh. Aus. Ne, nicht Freigabe ist okay, aber... Dings braucht doch kein... Oh, Leute. Ist grün. Jo, die spawnen einfach. In der ersten Folge KI loben und jetzt, äh... Ist halt... Ja, ich fand es aber auch wichtig, dass die da jetzt gestanden sind. Das war jetzt auch gut. So, grün haben wir auch. Äh, das ist noch grün. Ui, ui, ui. Es sind da zwei... Also, in City Skylines wäre ich jetzt... Für so eine Kreuzung... Ey. Da wäre ich mit... Also, mit Staus... Nicht unter zwei Jahren bestraft worden. Für so... Kreuzungen, die zueinander liegen, können sie Staus führen. Ja, mh... Hat bei mir in City Skylines gesagt. So wird nicht gebaut. Das führt auch tatsächlich zu Staus, weil da genau zwei Autos in die Reihen passen. Ein halber Bus. Hm. Wer solche Kreuzungen nachmacht oder verfälscht... Oder nachgemachte oder verfälschte, sich verschafft. Der wird mit Staus nicht unter zwei Jahren bestraft. Du bist auch ein Depp. Ja, Leute. Nee. Ja, das frage ich mich aber auch. Ist das der in Ernst? Also, erstens, ich war vorbei. Zweitens, ich... Hab Vorfahrt gehabt, aber... Eindeutig. Ja, ist okay. Jetzt machen wir noch pünktlich. So, Sägelfahrgäste, Stuttgart. Zup. Staunen wir uns doch einmal da hin hier, so. Hauen wir den Gang mal raus. Motor lassen wir mal an, sonst wird den ja zu warm oder zu kalt da im Bus. Mimimimi. Das kann ich, ob jemand aussteigt, aber Gepäck machen wir mal auf. Gepäck, Luke. Dankeschön. Ja, guck mal mal. So, wo will jetzt sie hin? Wo sie schwanken, aber... Morgen schon am Trinken, ey. Sie reden etwas leise, aber passt schon. So. Nächster, bitte. Ja, du bist ja richtig mit deinem verschwommenen QR-Code. Gute, sie noch kurz. Du, das ist okay. Du kannst doch mit der Bahn hinfahren, aber... Was? Ich konnte sie nicht verstehen. Vielen Dank. Du da. Ne, nach Kassel fahren wir nicht. Menno. Ja, musst du einfach richtig hinstellen. So, dann... Haben wir doch alles hier, ne? Ich sehe keinen Grund, hier weiter zu verweilen. Machen wir hier mal ein schönes Aufnämchen und dann... Gucken wir hier schon mal die Fahrt starten, ne? Jetzt haben wir ja dann... Ja, wenn wir Glück haben, können wir auch in Karlsruhe einfach die Pause machen. Oder wir machen es halt immer zwischendrin. Wenn wir in Karlsruhe dann die Pause machen... Das heißt, Fahrzeit wäre jetzt ja noch ungefähr 10.03 Uhr. Sind knapp zwei Stunden Fahrzeit. Müssen wir mal gucken. Je nachdem. Wieso der Verkehr ist. Mal wieder zu hier die Hütte. Zu die Hütte, danke schön. Und euch geht es gut hier, oder wie? Joa, sieht... Sieht so aus. Die sind alle sehr zufrieden. So, was sagt denn hier der 2,6 Stunden? Ne, das schaffen wir nicht. Heißt, wir gucken mal, wo wir denn rasten werden. Also Stuttgart. Wir können auch hier oben rausfahren. Ja, und fahren wir nicht die Bundesstraße hier lang? Ist doch viel cooler als hier. Das war jetzt doof. Da wieder zurück über die Autobahn. Wir fahren da rüber. Viel, viel cooler. Also, das heißt, wir fahren jetzt da den Kringel raus. Die erste Möglichkeit rechts und dann wieder rechts. Aber die B10, genau. Die fährt nämlich parallel zu A8. Dann kommst du auch hier nach Karlsruhe. Das machen wir doch mal. Ne? Dann können wir hier nämlich parken und rasten. Vielleicht. Wenn nicht, machen wir das einfach in Karlsruhe. Gucken wir mal. Also, hier raus. Erste rechts, dann wieder rechts. Dann stellt sich vielleicht immer mal das Navi um. So. Gang einlegen. So. Dann machen wir doch gleich mal unsere Dingsansage hier, wenn wir da weg sind von dem Dingspunkt hier. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. So, sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen an Bord. Unser Flixbus fährt X05 nach Frankfurt Airport. Nächster Halt wird sein in circa zwei Stunden Karlsruhe-Fermus-Bahnhof. Äh, pfff, keine Ahnung. Da auf der A8 viel los ist, fahren wir ein bisschen anders über die parallel verlaufende B10. Ich hoffe, dass wir zeitlich aber trotzdem schaffen, woraussichtlich der Ankunft ist. 11.58 Uhr. Ansonsten wünsche ich allen zugestiegenen Fahrgästen eine angenehme Reise und bla bla anschnallen und so. Was wird das jetzt hier? Fahr! Nein, das hat nichts mit der tollen Armbewegung zu tun. So lässt du mich vorbei, Kollege. Oh, mehr oder weniger. Aber hat ja gepasst. Achso, da komme ich gar nicht hoch. Aha. Aha. Ja gut, das habe ich jetzt nicht gewusst. Kommen wir da denn auf die B29? Pff. Die Kreuzung hier, oder? Das könnte auch nur eine Brücke sein. Äh. Wir sind vielleicht doch tatsächlich zurück. Ach, blöd. Habe ich gewusst, dass das eine Brücke ist? Sorry. Das hätte man bestimmt nicht wissen können, aber... Ihr Busfahrer ist inkompetent und verfährt sich gerne. So, da ist es nicht frei. Wenden. Ja, hier. Langsamer den Bordstein. Achtung, Kaffee. Alle Kaffee festhalten. Ding hat aber auch einen Wendekreis, ey. Das trotz der nachgedenkten Achse. Mach das ja recht einfach, ne? So. Ja, der Polizei, der ist dort egal. Inkompetente Fahrbusfahrer kennen die wahrscheinlich schon. So. Was habe ich echt jetzt nicht gewusst? Sorry. Und das war auf der Karte jetzt nicht hundertprozentig als ich... Das hätte man wahrscheinlich wissen können, wenn man da 10, 12, 10.000 Millionen Jahre lang langfährt, aber... Ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit verpleppert. Ja, wow. So wie zum Thema pünktlichen Karlsruhe ankommen, ne? Oh. Stau. Eng. Danke für den XUV. Aber ich bin trotzdem für meine Alternativroute. Ich werde die trotzdem in Angriff nehmen. Ist mir egal. Heißt dann einfach, wir probieren es dann entweder hier. Ich vermute aber mal, dass das so sein wird. Das finde ich cool. Da fahren wir mal Bundesstraße hier. Nicht, wenn das Autobahn gedöhnt ist. Das ist ja echt langweilig. Und da ist eh eine... An der ist zwar keine Baustelle, aber das ist immer Stau. Ne? Autobahn und Karlsruhe ist immer Stau. Heißt, wir fahren ein bisschen anders. So. Der Spawn da auch finde ich gut. Jetzt kommen da zwei... Achso, das ist... Ha, ha, ha. Stimmt, das ist ja meine Lieblingskreuzung. Der, dass da Stau ist, wundert mich jetzt nicht. So in einer Kreuzung Stau... Ne, wirklich. Hätte man ja wissen können. Wenn man sich die Skalands gespielt hat. Boah, wir kommen mal richtig weit vorwärts hier. Ich finde es auch gut, dass der Bus beim Anfahren immer so einen kleinen Satz nach vorne macht. Freut uns schon die Fahrgäste. Haben wir irgendwas Schönes zu erzählen? Außer, dass es... Oh, Mann. Kommt das auch nicht durch in der Zeit. Ich muss meinen Fahrplan einhalten. Und ich habe Hunger. Eigentlich habe ich gedacht, gut, stellst du dich da kurz hin. Machst du mal ganz kurz hier Video und so. Drei Folgen vielleicht. So eine Dreiviertelstunde fährst du ja. Ach, guck mal, es geht weiter. Um wie vier Autos? Um eins. Plap. Tut mir sorry. Bekommt es auch gar keiner mit. Sieht auch gar keiner. Ja, aber ehrlich gesagt, das ist mir jetzt... Weißt du, wer so eine Kreuzung baut, konnte es aber auch echt nichts anderes erwarten, ey. Das sind genau so Kreuzungen, wo genau das passiert. So, jetzt kann sich doch hier noch einer hinstellen. Ach, guck mal. Das kann ich... Ich habe nichts falsch gemacht. Hier ist doch alles in Ordnung. So, da ist ein Tankstand da oben. Es ist wieder eine Brücke. Das heißt, wir müssen tatsächlich nach vorne links... Wenn man da auf die Bundesstraße wollen. Hier links? Nein, nee, nicht hier links. Nicht da links. Nee, nee. Das ist die Kreuzung nach da. Da wollen wir nicht. Wir wollen da links. Wahrscheinlich. Will ich da links? Ich weiß es noch nicht. Vermutlich will ich hier links. Werden wir sehen. So. Fahrläufer sogar auch. Ist das super hier. Fahr mal bis in die Bundesstraße. Ja, das sieht mir sehr stark nach der Auffahrt aus. Cool, cool. Das gefällt mir. So 101 Kilometer wäre es jetzt über Autofahren gewesen. Gucken wir mal, wenn man mit der Wande hier umschaltet. Oh, hier bist du schnell vielleicht. Die schweben... Ach, nee, die schweben nicht hier. Da schon solche... Solche Dings hast du, nee. Oh, nee. Eine Karussellfahrt. Die ist lustig. Eine Karussellfahrt. Die ist schön. Und ich würde mich freuen, wenn der Nagi sich irgendwann mal umstellt. Was es nicht tut. Und deswegen muss ich selber fahren. Aber das ist egal. Hier ist schon wenig los. Ist auch... Bitches, yo. Wir haben über die B29. Dann fahren auf die B10. Und dann... Ach, reichen wir doch alles. Was war reichen worden? 113 Kilometer. Ja, der hat sich gar nicht umgestellt. Das ist eine Lüge. Das ist egal. Aber die Fahrgäste wissen eh nicht, wie ich sonst gefahren bin. Das heißt, mich für eine Alternativfoto zu entschuldigen. Ist ja eh Wurst. Ist ja nichts, was man jetzt jeden Tag macht. Wer muss fahren? Da vorne muss ich jetzt ja gleich links, oder? Nicht, dass ich was falsch mache. Ist gleich da links. Ja, genau. Gleich da links. Und dann... Weiter. So, linke Spuren. Ach, guck mal. Das ist halt auch ungestell. Hä, ist ja fast genauso kurz. 98, 97 ab hier. Siehst du, fahren wir hier parallel auf der B10. So, links oben macht das... Ha, ha, ha. Nein, so Ampelkreuze sind immer 100. Hm. Hm. Da ist nie kurz davor mal so ein 70-Schild oder so. Nee, nee. Das ist alles eine Lüge des Systems. Also, wie das Wetter beeinflusst wird und ich ebenfalls Mitglied der Lügenpresse bin. Ach, keine Ahnung. Ist ja schön, ne? Frage ist, ihr fühlt euch wohl da, oder? Habe ich schon... ...gemacht spätestens jetzt. So, links abbiegen ist auch nicht mehr heute. Hm, gut. Das vielleicht ist mir aber so. Jetzt haben wir immer noch 22 Grad und 3,1 Stunden Lenkzeit. Äh. Ach, danke. Wollte krass sagen, wir werden links abbiegen irgendwie benachteiligt oder so. Aber geht. So, dann rasten wir einfach den nächsten Rasten und dann ist gut. Vor euch ausrasten. Und selbst wenn wir jetzt hier auch unsere 100 fahren auf der Bundesstraße, dann ist okay. Aber eigentlich, dann eine ganz blöde Frage. Was können wir hier überhaupt machen? Legende öffnen. Ach, nee, sag an. Ähm. Da wird doch fast nie jemand langfahren. Außer er fährt von Karlsruhe nach Regensburg. Aber sonst ist das hier doch fast tote. Also es gibt generell so ein paar Strecken, wo ich bedenke, das ist doch tote Strecke. Da wird nie jemand langfahren. Da zum Beispiel. So viele tote Strecken. Die wird nie jemand benutzen. Nie. Never. Weil es einfach keine Route gibt, die da direkt langführen würde. Irgendwie ist es da. Aber gut. Gerade in Mitteldeutschland irgendwie. Und hier. Okay. Du bist da. Wie. Wie. Vielen Dank.